Moin Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen bei Reps Play und heute mal wieder Grim-Ex am Start. So, ich gönne mir den Ward. Ein Ward für den Lord. Ich skill diesmal Rechtsklick. Ich bin immer noch so ein bisschen am Ausprobieren am Anfang. Eigentlich bräuchte man die Q, man bräuchte die Rechtsklick. Die Rechtsklick ist halt gut, wenn man gegen den Drugs oder so kämpft. Vielleicht hätte ich kurz auf die Lane warten sollen. Ähm, joa. Also wir haben einen Murdoch dabei. Wir haben wieder den, äh, Jonan-FG dabei. Den hab ich immer noch in der Friendlist. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Also wenn du hier zuschaust, melde dich. Ne? So, ich will jetzt hier nicht direkt wieder am Anfang an der Lane gebumst werden, deswegen bleib ich mal schön beim Tower. Eigentlich bin ich hundemüde. Äh, joa. Ich arbeite ja bei ThyssenKrupp und da waren wir heute in Duisburg streiken. Beziehungsweise haben eine riesen Kundgebung mit 7000 Mann gehalten und es war geiles Wetter. Und, joa. War lustig. So, dann einmal ein Ward für mich. So, wir haben hier einen Twinblast auf der Lane. Sonst nichts. Der hat aber schon lastet mehr als ich. Lol. Wo ab, du Penner. Dann nimm mal einer killen. Alter, warum? Der stirbt. Schön. Ich häng fest. Ach, da steht ein Minion. Jetzt konnte ich den lastet nicht machen. Ist das behämmert. Jetzt konnte ich das nur, weil der Minion im Weg stand. Ey, sonst hätte ich hochlaufen können. Aber egal. Ist ja nur ein lastet. So. Lass mal gucken. Es sind ein paar Mist. Immer ein bisschen zurück hier. Ein bisschen hier rüber. Loll. Wieder keiner. Loll. Loll. Was ist denn hier los? Twinblast kommt wieder. Muss ich Punkte mal gerade so einsammeln. Okay. Da haben wir einen lastet gemacht. Oh. Ich habe Twinblast getroffen. Sehe ich gerade. Macht aber nichts. Er hat es verdient. Oh Mann ey. Was ist denn hier los? Uh. Da kommt einer. Joah. Sehr schön. Ich bräuchte mal hier ein bisschen Hilfe. Okay. Rampage kommt. So. Machen wir denn. Loll. Auch wieder kein lastet. Ist doch scheiße was ich hier mache. Erst fünf lastets. Wie viel hat denn der Twinblast? Sechs. Ja okay. Dann geht es ja noch. Dann geht es ja noch. Und Grugs könnten wir jetzt hier gebrauchen. Der mal ein bisschen hier Brandpult und so. Mensch. Ich mache zu wenig Schaden für die lastets. Das ist doch scheiße. So. Aufpassen. Ey. Die Minions schießen mich ab. Lol. Und da kommt gleich wieder der Felsen. Bam. Wieder getroffen. Okay. Er geht back. Ich hoffe der Grugs sprangelt. Ich kann gerade nicht gucken. Mensch. Was ist denn mit den lastets heute los? Lol. Toll. Au. 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 Blöde Wichser. Blöde, blöde Wichser. Was ist denn mit dem? Warum macht der so viel Schaden? Okay. Also. Wir kriegen ja ein bisschen auf die Mütze. Ich hätte aber gerne sechs Kartenpunkte. Damit ich mir das nächste Item kaufen kann. Wenn ich zurückgehe. So. Ich bin noch im Weg. Ich bin noch im Weg. Ich bin noch im Weg. Okay. Den hat er. Den hat er sich geschnappt. Schön. Ich habe zwar nur einen Assist bekommen. Aber besser als nix. Der Assist gibt auch Punkte. So. Ey. Was ist denn hier los mit den lastets? So. Der Rampage ist missed. So. Die Minions pushen jetzt hier mal ein bisschen. Och lol. Das ging wieder so schnell. Jetzt stellt sich der andere in den Weg. So. Da kommt ein anderer. Grugs. Bei dem habe ich ein bisschen Schiss. Ich gehe jetzt auch erstmal zurück. Nach der Minion Wave hier. Die machen wir noch. Dann gehe ich erstmal zurück. So. Hakt mal hier ein bisschen drauf. Auf welchen? Als erstes. Den da. Da kommt noch eine Minion Wave. Das sind Lastets. Die brauche ich hier. Die kann ich leicht machen. Deswegen gehe ich jetzt gerade noch nicht zurück. So. Boah. Okay. Der stirbt. Oh Mann. Der auch nicht. Ah. Soviel zu den Lastets. Okay. Ich gehe aber erstmal zurück. Warte mal. Ich zeige ihm das mal an. So. Damage. 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 Ich muss gleich mich noch um mein Murdoch Deck kümmern. Das habe ich immer noch nicht berichtigt. Asozial. Asozial. So. Der muss aber sterben da. Oder all da weg. Warum kriegt denn der so viel Leben da hinten? Ach. Das ist der. Das ist der Dings-Tank. Wirf doch einen Felsen. Wirf doch einen Felsen. Ah. Da komme ich jetzt nicht hin. Scheiße. Scheiße. Ärgerleetsch. Den hätte ich umpusten können. Aber der GTFO geht leider nicht mehr so weit wie früher. Also irgendwann. Ich weiß nicht wann. Irgendwann wurde er auf jeden Fall mal genervt. Das finde ich sehr schade. Aber der war auch sehr OP. Der GTFO. Muss man schon sagen. Irgendwann ist da keiner gestorben. Yo. Okay. Da muss man immer noch kurz mal mit in den Tower gehen. Damit man noch ein, zwei Schüsse setzen kann. Damit man auf jeden Fall den Gegner noch töten kann mit dem GTFO. Also das ist auch wichtig, dass ihr das beachtet. Auch wenn man einen Schuss oder so oder vielleicht auch zwei vom Tower noch abbekommt. Wenn ihr dafür den Gegner noch zweimal treffen könnt. Um ihn dann mit dem GTFO zu finischen. Ist das immer besser. Als den Gegnern kommen zu lassen. Denn gerade Grimm ist ein Killer. Und den muss man auch als Killer spielen. Also meine Meinung. Es gibt auch Leute, die spielen den sehr defensiv. Und gucken dann, dass sie halt zurückgehen. Und sowas. Ich bin halt dann eher der Killer. Also ich gehe dann schon mal gern hinterher. Und schaue, dass ich den Gegner noch eine reindrücken kann. Damit ich die Oberhand gewinne. Die Kellner. Und ja. Und dann kann ich hier schon mal ein bisschen Last hitten. So. Twin kommt wieder. Das ist Level 5. Ich bin Level 7 mittlerweile. Oh fuck. Da kommt einer. Lol, 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 lol. Okay. Gut gemeistert. Gehen wir von hinten wieder in den Tower. Als nächstes muss ich zurück bei 9 Punkten. 3 habe ich jetzt. So. Ich muss mal ein neues Wort. Ich stelle den Wort mal da hinten auf. Oh, einer hat den Level abgegeben. Links zieht eine Ulti. Murdoch tot. Oh. Doublekill. Was macht der denn, Edu? Wieder so Kackwort, ey. Gelände Gegner. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hier hin. Lol. Und wieder ein Stein. Ich mache ganz in Ruhe meine Last Hits. Ja, mit dem, mit dem Rampage brauchen wir uns eigentlich auch nicht anlegen, so. Er ist halt mies drauf. Weil den kriegt man halt auch nicht gestunnt oder sowas. Oder dann down geprügelt, weil da fällt er zu viel aus. Dann kann er springen. Dann macht er seine Ulti und hat Life Rack und all so möglichen Kram. Deswegen ist immer lieber der Carry das bessere Ziel für den Gank. Aber das versteht sich eigentlich von selber. So. Thunblast stellt einen Ward auf. Lol. Okay, ich bin tot. Scheiße. Mit Reiße. Gut. Dann nehmen wir erstmal den Stab der Härte mit. Und zwar diesen. Machen ein bisschen Leben auch rein. Habe ich immer gern, damit ich das so ein bisschen abwägen kann. Dass ich entweder Leben und ein Damage-Item mitnehme. Oder halt ein Dreier-Damage-Item direkt. Und das habe ich halt auf die Schnauze gekriegt. Ich wusste nicht, dass der Grockster ist. Ey, scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte den Twin da wegfischen. So. Da bin ich wieder. So, der muss... Wie macht man eigentlich? Benachrichtigen. Andere. Nee. Achtung. Nee. Verteidigen. Vorsicht. Mittlere Strecke. Oh, kommt Muriel jetzt da hin? Muriel ist da. Ulti kommt. Und. Kann man den direkt aus dem Fight nehmen. So. Gehen wir hoch zu der alten. Hi. So, komm. Machst du fertig. Okay. Gut gemacht. Habe ich es einfach mal da oben runtergefegt. War schon lustig. So. Rechts haben wir ja einen Sammler stehen. Hier haben wir jede Menge Punkte. Vielleicht können wir hier jetzt ein bisschen pushen. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall Lastits können wir machen. So. GTFO Level 2. Also gerade eben den Grux, den habe ich zum Beispiel mit dem GTFO direkt aus dem Game genommen. Damit er halt schnell wie... so schnell wie möglich tot ist. Ähm, damit man halt auch einfach sich sicher sein kann, dass er keinen Scheiß mehr anstellt. So, da hau ich mal ab. Der killt nämlich die Minions auch schnell. So, wir hätten jetzt sechs Punkte wieder. Ich glaube, sechs Punkte wären in Ordnung, um das Item mal auszubauen. Oh, es reicht nicht. Okay, dann gehe ich noch nicht zurück. Lol. Ja, Rückzug. Danke für die Hilfe. Danke, danke, danke. Danke. Oh, da kommt noch Rampage. Da fehlen noch ein paar kleine Kartenpunkte. Die machen meinen Ward kaputt. Einen Lastit brauche ich noch, dann gehe ich zurück. Weil jetzt zu kurz davor ist es scheiße zurückzugehen. So. So, jetzt gehen die da weg. Wir haben gepusht da vorne. Weiß, ich krieg ihn nicht drauf. Fuck, ich krieg ihn nicht aufs GTFO. Wo ist denn der jetzt hin, der Depp? Yo. Aua. Oh, mehr Damage. Schön, 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 schön. Rampage hat ihn gekriegt. Da vorne, jawohl. Mal gucken, ob wir den Grux noch mit dem GTFO bekommen. Was steht denn der? Der ist ganz weggelaufen, hä? Da habe ich doch gerade wen gesehen. Das war Muri. Okay. Warden wir das mal hier. Warden Schmidt. Klauen mal deren Minions. Dann gehe ich aber auch aus dem Jungle raus. Ach Mann, ey, bleib doch stehen. Okay. Jetzt fehlen wir die Walls. Oh Mann. Nein. Komm, ein Minion noch. Ein Lasted, dann gehe ich auch erstmal weg. So, ich hau ab. Neun Punkte. Das ist doch schon wieder fast ein Item. Auf jeden Fall können wir das eine jetzt ausbauen und das andere dann kaufen. So, ich muss mal kurz Kohle auf den Kopf hauen. So, und wenn ich Kohle auf den Kopf haue, dann ist das meistens die Shisha, ne? So, dann gehen wir hiermit weiter und nehmen noch eine Kinetik mit. Okay, da links wird gepusht oder sowas. Wir müssen doch aufpassen. Weiß nicht, ob der Rampage schon sein Ulti verbraucht hat. Warum lassen wir hier angreifen? Müssen wir mal pushen. Ja, doch keine Wards hier stehen, der Typ, ey. Komm, komm zurück. Komm zurück. Loll. Alter, er kriegt von Muriel alles ab. Da kommt noch Twin Blast. Aua. Au. Wow, raus da. Jawoll Nein, er lebt noch Jawoll, er hat ihn noch gekriegt Schön, schön, schön Okay Linien, jetzt kommen rein So, dann rein, rein, rein Den haben wir, haben den Blubuff Können wir Okay, ich würde auch sagen, wir gehen zurück So, komm, zurückziehen Wir müssen rechte Strecke verteidigen Linke Strecke angreifen Das ist eine gute Idee Bin auf dem Weg Kein Ward mehr oder sowas Aber ich bin ja noch fast full live Mana habe ich auch nicht mehr so viel Aber Hauptsache es reicht für die rechte Maustaste Dann kann ich mir ja wieder ein bisschen Mana dazu machen Okay, der killt den Sammler So Oh lol Kriegen wir hier irgendwas kaputt Und den Tower müssen wir doch kriegen, oder? Da kommt noch keiner Nice Mit einer Aktion zwei Tower geholt So, wir gehen zurück Komplett raus, komplett raus Ich gehe rechts zum Sammler Sind alle miss So, Sammler machen wir noch leer Dann erstmal porten Vorsicht, rechte Strecke Sagt er jetzt Nachdem er gestorben ist Naja, okay Bin auf dem Weg dahin Ob der Rampage vorher da ist Bevor die Gegner da sind Sind drei Ich hab so meine Bedenken Voll mit Muri und dem Rampage Der den Tower tanken kann Ist halt echt übel Ah lol Trifft der mich Der Sack Unserer trifft nie Mit dem Mist Weiß nicht wieso Weiß es einfach nicht So, da ist ein Ward Von den Gegnern Machen wir hier die Minds Gerade weiter Dann können wir vielleicht Den Tower pushen So, und zack Da ist ein Grax Twin Blast kommt So geht's Ja, komm, 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 komm Felsen Muri kommt da hin Komm, die kriegen wir so Schön Oh, hier ist noch ein Twin Blast Irgendwo Ich wurde den Jungle Schön gemacht Das ist mal ein Grax-Spieler Der was kann, ey So, wie viel hat denn der? 2, 1 Boah Der Jonan FG Wer auch immer das ist Ich hab den in der Freundschaftsliste Ich weiß aber nicht, wer das ist Ist schon ein Mysterium Ein kleines Oh lol Guck auf mit der Scheiße Ich hau ab Ich hau ab Ich hau ab Komm zurück am Magna Kümmer mich mal kurz um die 2 Minions Hier Damit ich gleich, falls ich sterben sollte Die Punkte noch ausgeben kann Außerdem hab ich noch ein Level Up So Da sind 2 oder 3 Der geht links verteidigen Dann geh ich mal den Red Buff machen Bevor ich jetzt hier noch länger in der Mitte rumstehe Und nix mache Echte Strecke kommen die hin Ach du bist doch ein Arschloch Klaut er mir meinen Red Buff Ups Schön Oh Rampage kommt Wieder rein Ah ok Worte sich weg Immerhin die Ulti schon mal verbraucht Da ist noch ein Wart So die stehen da oben So sollen wir pushen Toll Also wir pushen jetzt nach vorne Die sind doch da Die kommen von der Seite rein Ich kümmer mich um die Minions zu lang Murdoch hat keinen Mana mehr Der hätte sein Mana für die Ulti auf jeden Fall noch ein bisschen sparen sollen Da kommt Gideon Und der da irgendwie hoch Ah der hat sich hoch teleportiert Ok Alter da kommt einer reingeflogen Ey Geiße der Tower lebt noch Ok den haben wir So den haben wir auch Prax ist da Lol Easy Black Buff So komm ich hab nen Black Buff Ich hab nen Red Buff Und die sind alle noch ziemlich voll Wenn die ja gedroppt werden Und man wieder die Die wieder einsammelt Dann resetten die ja ihre Abklingzeit Oder ihre Dauer Nicht die Abklingzeit Sondern die Dauer Wird dann resettet Was ich sehr sehr schön finde So Lol Kill die Alte So Machen wir das mal hier weg Und dann verpisse ich mich erstmal Ich hab keinen Bock auf den Felsen In dem Reisemodus Ich lauf ganz weg Weil der Murdoch von denen Der pustet mich sonst um Und da hab ich ehrlich gesagt Kein Bock drauf Dass er mich noch umpustet Ich geh auch nicht in den Jungle Weil wenn der Rampage Da jetzt auch hingelaufen ist Dann hab ich auch ein Problem Aber ich kann zu meinem Harvester gehen Der Enemy Inhibitor Is under siege Bis hierhin wird er mir Nicht hinterher gelaufen sein So Wir shoppen Was shoppen wir denn Was shoppen wir denn Was shoppen wir denn Ich würde sagen Erst noch ein Stab der Härte Machen wir den noch voll Und dann nehmen wir noch den Nehmen wir noch den Stab mit Oder noch ein bisschen Energiedurchdringung Ich glaub wir nehmen noch Durchdringung mit Für den Rampage von den Gegnern Und für die Muriel Der Grux wird vielleicht Auch ein bisschen Rüstung Ne der baut komplett Full Damage Und Lifesteal wahrscheinlich noch Ne Kinetik Vielleicht macht er hier noch Lifesteal rein später Weiß ich noch nicht Gucken wir dann Es ist Grimm Der Boss Der Grimm Der Boss So wir brauchen Worts Den Worts zum Sonntag Brauchen wir So wer ist denn da unten Lol Yo ich bin tot Ich bin tot Alter steht er da Im Brunnen rum Heftige Scheiße Oh wurde unterbrochen Rampage räumt auf Mit Grugs Ein Felsen wär noch cool Jawoll Jawoll Einen haben sie So der macht Ulti Einer von uns auch tot Oh das war knapp Geh doch raus Geh doch raus Wo läuft der hin Wer ist tot Kriegst du ihn Jawoll Haben sie schon mal Einen weniger zum Attacken Außer ist noch da Schießt noch eine Rakete Hinterher Trifft aber nichts Boah Das war jetzt ein 3 Für 2 Trade Also die haben Einen gut gemacht Wir müssen auf jeden Fall Den OP noch borden Das werde ich jetzt machen Paragon ist auf jeden Fall Kein Shisha freundliches Spiel So viel steht fest Weil wenn man nur zweimal stirbt Dann hat man zweimal die Möglichkeit An den Pfeife zu ziehen Oder man portet sich back Dann kann man auch mal dran nuckeln Ich muss mir mal so einen Gamerschlauch holen Den man sich so um den Hals legen kann Wo dann Das Ende vom Schlauch quasi starr ist Und das bleibt dann quasi Einfach so vor dem Mund hängen Das ist ganz geil Ich hab gern Schlauch vor dem Mund Wie ihr wisst So Red Buff haben wir Ich geh den OP warden Vielleicht probieren die den OP jetzt zu machen Ich weiß es nicht Die machen den Ah die haben Water hingestellt Schön Hey Baby Okay die läuft weg Ich geh jetzt den Ward stellen Die müssen auf jeden Fall den OP machen Weil die haben einen Inip Down Ansonsten können wir die Langsam aber sicher Tot zergen So Da ist da auch schon ein Ward Was stellt denn noch einen daneben auf Ach da ist auch noch einer Die gehen nach links oben Dann komm ich mal da mit Äh Sind da unten Rampage ist da Bittest du dich zu Oder nicht so Einer schon mal weniger Der ist zu tief in den Jungle gelaufen Hä So jetzt gucken wir mal Lol der hat ihn vor mir erwischt Egal der wäre so oder so tot gewesen Okay Jetzt gehen wir zum mittleren Inip Haben aber keine Minions hier Ach doch Hier sind ja Minions Kein Black Buff leider So An enemy Inhibitor Is down Ah hau ab Lol Oh man Jetzt habe ich kein Dings mehr Oh die wäre doch gestorben Die ist doch gestorben Wie auch immer die gestorben ist Entweder durch mein Bällchen Oder durch seine Q-Attacke Oder hat jemand noch irgendwas gemacht Keine Ahnung So Was habe ich denn 8, 2, 12 Ja Am meisten Kills Und am meisten Assists auch sogar Gut Und am meisten Kartenpunkte Geilo Das war aber echt eine leichte Runde Muss ich sagen Okay Ich bedanke mich fürs Zuschauen Palmarillos Wir sehen uns in der nächsten Folge Und dann Bis dahin Sag ich Stay Pam Tschüss Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren Fenster einblenden Klick da drauf Dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig Damit dir nix verpasst Also tritt mir in den Arsch Damit ich Feinden in den Arsch Trete schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie Müsst ihr nur Daumen hoch Drücken denn mein Highscore Kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße Ich habe Verbindungsprobe Genau